So, dann gehen wir mal weiter. Und zwar dürfte hier der erste Gegner kommen, genau. Schnecki, Schnecki. Den bombardieren wir gleich mal. Und jetzt will er uns natürlich an die Gurgel gehen. Oh, ein schöner Quit von mir oder von meinem Faustkämpfer halt. Und dann können wir uns mal um die Schnecke kümmern. Was natürlich jetzt ein bisschen schwieriger ist, da wir nur noch die Nahkämpfer haben, die Schaden machen. Und man merkt schon, wir spielen auf Schwert. Da sind sogar hier die Anfangsschnecken ein bisschen schwieriger. Und sie droppen Schneckenfleisch. Yum, yum. Das ist Essen. Also hier unten im Grimwock werden wir keine Delikatessen bekommen. Sondern nur irgendwelche ollen Schneckenstücke oder andere super tollen Sachen. Jetzt gucke ich mich mal kurz hier oben, ob die Schnecke noch was bewacht hat, außer diesem Stein. Nein, sieht nicht so aus. Okay, gehen wir weiter. Hier ist, oh, hier ist was. Lederhosen. Die zieht doch gleich mal. Ich an. So. Mein Faustkämpfer. Und dann gehen wir hier durch die Tür. Und da sind schon noch mehr Schnecken. Und eine Schriftrolle. Eissplitter. Das passt ja genau, weil wir haben ja eine Eismagierin hier. Ja, genau. Dann kann ich gleich mal das System für die Magie erklären. Und zwar haben wir hier insgesamt neun Runen. Und jede Rune hat eine Bedeutung. Ja, ich gehe mal etwas weg. Nicht, dass die Schnecken auf die Idee kommen, uns hier bei der Erklärung zu stellen. Jede Rune steht für was Bestimmtes. Und genau gegenüber von der Rune liegt das Gegenteil dieser Rune. Also in der Mitte ist die neutrale Rune, die für Gleichgewicht steht. Hier ist Feuer und dann ist hier Eis. Das ist Luft, das ist Erde, Leben und Tod, Körper und Geist. Äh, Geist und Körper. So. Und wir sehen, die Rune für die Eiskristalle ist Erde und Eis. Genau. Oh, und da fällt mir gerade auf, da ist sogar eine Neuerung drin. Wenn man die Rolle benutzt, kriegt man eine Willpower. Hm, also wenn ich das jetzt mal rollenspieltechnisch betrachte. Wir berühren die Runen auf dem Pergament. Und dadurch geht der Zauber, der auf dem Pergament geht, auf uns über. Wir haben gerade unsere Magierin angeweht. Also kriegt sie jetzt eine Willpower mehr. Der Schöne will mal gespannt, was die anderen so haben. Aber jetzt haben wir schon mal unseren ersten Zauber. Und den lösen wir auf. So, den nehmen wir hier drauf drücken. Und da sieht man schon, Schneckis kriegen Schaden. Und das geht sogar durch die Schneckis durch und schädet die Schnecke dahinter. So, nächste Schnecke. Da sollten wir jetzt mal etwas uns bewegen, weil die machen doch schon ein bisschen Schaden. Und da haben wir einen Haufen Schneckenteile dabei. Ja, wie man sieht, das verbraucht schon ziemlich viel magische Kraft. Die Eisscharts, die Eiskristalle zu zaubern. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Den finden wir wohl hier drin, aber erstmal sehe ich mich weiter um. Und entdecke Lederstiefel. Die bringen Schutz plus vier. Dann lege ich sie gleich mal an. Weil ich habe ein bisschen weniger Lebenspunkte als er. Ich brauche den Schutz ein bisschen mehr. Und hier haben wir Pitwood Bread. Also ein Brot hergestellt aus irgendwelchen Grubenwurzeln. Ja, lecker, gell? Aber was soll's. Wir sind hier unten. Wir müssen hier unten überleben. Wir sind nicht pingelig. Genau so, wie wir hier die Tunika nehmen und anziehen. Grimcap, das ist auch was zu essen. Können wir aber auch für was anderes später benutzen. Wenn mir das Rezept noch einfällt. Das erkläre ich später, für was die Kräuter und die Grimcaps da sind. Gehen wir mal hier weiter. Ach, hier ist der Schlüssel. Da müssen wir jetzt erst einmal hier rein. So. Hier steht, to close the pit, something needs to fly. Also, um die Grube zu schließen, muss etwas fliegen. Also lassen wir mal etwas fliegen. Jetzt haben wir hier wieder den Schlüssel und heben den Stein auf und fliegen selber mal. Autsch. So. Das tat natürlich ein bisschen weh. Aber hier unten ist ja eigentlich nichts besonders außer diesem Text. Du kannst nicht fliegen, was kann es? Also ja, das ist so das erste Anfangsrätsel. So, noch ein bisschen einfach. Das hier ist sozusagen so eine Art Tartorial Level noch. So wie das mit dem losen Stein zum Beispiel. Aber gut. Öffnen wir die Türe und kommen zu diesem netten Gesicht, was uns da begrüßt. Und was uns wahrscheinlich gleich irgendwas ins Gesicht spuckt. Oder auch nicht. Hier ist die Tür weiter und hier steht, heile meine Sicht. Also, hier müssen wir was in die Augen reintun. Und das finden wir wahrscheinlich links und rechts. Also gehen wir mal nachgucken. Äh. Da höre ich irgendwas laufen. Nehmen wir erstmal hier die Fackel raus. Und ja. Riesenpilze. Okay, die können wir einsperren. Äh, nein, nein. Wow, die machen ziemlich viel Schaden und treffen auch ziemlich oft. Bei denen muss ich aufpassen und ich habe vergessen, die Türe hinter ihm zu schließen. Es kommt hinter ihm gleich der nächste Kamerad noch an. Okay, der erste ist tot. Aber der hier noch nicht. Ja. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber hier haben wir ja genug Platz, um ihn etwas auszutricksen und da haben keine Energie mehr für einen Zauber. Ich glaube, wir sollten dann gleich die Tür zumachen und gucken, dass wir uns ausruhen. Gut, Tür ist zu. Zwei Steine haben wir wieder. Und jetzt benutzen wir mal die Rastenfunktion. Und schlafen kurz. Sieht man, wie sich unsere Lebenspunkte und unsere Energie ziemlich schnell hochregeneriert. Was auch der Sinn vom Schlafen ist. Aber während wir schlafen... Oh, das ist auch neu. Wir haben Loot im Wert von 56 Gold. Gibt es Händler hier? Ich bezweifle es mal, aber trotzdem mal ein Auge unterhalten. Okay, noch mehr Pilze. Und ein kleiner Pilz. Oh, noch viel mehr Pilze. Uns nicht einkesseln lassen. Das wäre ungesund. Aua. Hört auf mich so auf zu hauen. Das tut doch weh. Ja, und die Pilze, die haben auch manchmal Essen dabei. Da können wir Pilze essen. Auch wenn ich nicht weiß, ob die nicht vielleicht doch ein bisschen giftig sind. Und da haben wir noch einen Kandidaten. Das war dann hoffentlich der letzte Pilz. Wir sind immer noch out of energy. Schon wieder. Der heiße Schadzauber verbraucht am Anfang ziemlich viel Mana. Aber wir haben ja zum Glück die Nahkämpfer, die auch nicht draufkloppen können. Vor allem der Faustkämpfer macht gerade am Anfang ziemlich guten Schaden. Okay, das war's mit den Pilzen hier erstmal, so wie es scheint. Und hier haben wir eine gebackene Made am Stock. Ja. Ich sag ja, das Essen hier ist lecker. Und der Hebel hier müsste hier die Tür aufmachen. Genau. Hier ist ein Tethered Cloak, also ein Leuchtkrieger Umhang. Der macht Ausweichen. Deswegen kriegt den gleich mal mein Faustkämpfer hier. Und hier haben wir schon den ersten Edelstein, dem wir in die Augen tun müssen. Und noch ein Knopf. Wenn ich mich recht erinnere, macht der hier eine Wand auf. Genau. Und hier ist ein Dolch drin. Der ist... Attack Power 7. Attack Power 5. Ah, der ist schon besser. Dann bleibt das Buttermesser mal hier. Und wir sammeln die Kräuter hier noch auf. Ja, irgendwelche unbekannten Kräuter aufsammeln. Noch wissen wir nicht, was sie machen. Noch haben wir auch keine Verwendung für sie. Und seht ihr, die Fackel geht langsam aus. Deswegen tauschen wir sie auch ab. So. Gucken wir mal. Setzen wir gleich mal den ersten blauen Edelstein ein. Gehen jetzt auf die andere Seite. Und haben Schnecken. Mit den Schnecken können wir was tolles machen. Nämlich das hier. Wir können einfach auf ihn drauf landen. Und ich merke gerade, dass mein... Äh... Faustkämpfer kurz davor ist zu verrecken. Hä? Geh sterben. Wow. So. Schneckenteile einsammeln. Steine einsammeln. Und ich höre schon was Garstiges hier rumlaufen. Nebenbei, wo ist die Schurike eigentlich abgeblieben? Die muss ich nachher suchen gehen. Und eine... Peasants Cap. Macht ein bisschen Schutz. Deswegen wird sie auch aufgesetzt. Und schlafen wir mal kurz hier unten. Hier scheinen wir ja sicher zu sein. Die Tür ist zu, die da drüben ist. Und die kriegen wir glaube ich von der Seite auch gar nicht auf. So. Ja. Da ist der Hebel für die Tür. Also müssten wir auf die andere Seite kommen. Und jetzt muss ich mal kurz zurückgehen. Und die Schurike suchen. Die müsste ja hier irgendwo geblieben sein. Da ist das Buttermesser. Okay. Weil mein Magier sollte... Meine Magierin sollte schon irgendwas haben, was sie werfen kann, falls ihr das Mana ausgeht. Ja genau. Gleich mal wieder einen Zauber für sie vorbereiten. Und da bin ich gerade irgendwie meinen eigenen Eis-Zauberfein gelaufen. Okay. Beim Rückwärtsgehen-Zaubern ist eine blöde Idee. So. Und die Tür geht nur auf, wenn wir die Platte betreten. Aber die Schnecken da drin lasse ich erst mal. Weil hier sind noch andere Schnecken, die erstmal meine Aufmerksamkeit bedürfen. Ja komm Schnecki. Und wir sind schon wieder außer FNRG. Und da muss erst das Level ab. Das ging aber schnell. Aber erstmal gucken wir uns kurz hier um. Sammeln noch einen Stein auf. Und finden ein... Leunklopf, also ein Ländenschutz. Der macht Willpower minus 1, aber Attackpower plus 1. Den kann er mal tragen. Er braucht ja keine Willpower. So. Jetzt machen wir kurz das Level ab, weil wir hier gerade Luft haben. Oh, Wurfdäuche. Dann benutzt du mal die Wurfdäuche, weil das sind zwei Stück. Gibt's hier noch was in dem Raum? Kurz den Raum untersuchen, ob hier irgendwo ein Schalter versteckt ist. Nö. Okay. Machen wir jetzt mal das Level ab. Und zwar fangen wir bei mir an. Wir haben ja alle 4 das Level ab gleichzeitig gekriegt. Äh, ja. Ich würde ja jetzt gern was... Naja gut, geben wir erst einmal die 4 Punkte in Armor. Ne, geben wir 2 Punkte in Armor. Und 2 Punkte in Anarmt Combat. Also in Waffenlosenkampf. Bei ihm dasselbe. So. Sie kann jetzt erstmal bei Dodge bleiben. Noch ein Level. Dann bis zum nächsten Level überlege ich mir, ob ich sie auf Missile Weapons, also auf Schusswaffen oder auf Wurfwaffen skille, weil das Einzige, was ich noch anbieten würde, wäre Assassination. Dann können sie sich auf Level 12 deutlich von hinten aus angreifen. Was ich aber nicht so praktisch finde, weil da müssten wir auch Dolche, äh, verbessern und das, ähm, geht sich da nicht so richtig aus. So. Sie kriegt jetzt auf jeden Fall mal 5 Punkte ins Bearcraft. Jetzt kann sie nämlich die beiden zauber. Gut. Und beim nächsten Level ab, kriegt sie dann einen Punkt hier rein, dann hat sie einen mehr Energie und die anderen 3 hier rein. So. Das war das Level ab. Und dann würde ich sagen, bevor wir weitermachen, speichere ich hier erst einmal wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. die changingenue Scheine. Stopp. Wir müssen uns gjuck da. Das war das Land.